Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Der Eingang zur Datenzentrale befindet sich außerhalb des Aboretums. Das Büro Ihres Bruders ist ebenfalls hier oben. Jupiter in seinem Palast an der Spitze des Himmels. Das haben Sie immer hinter seinem Rücken gesagt. Aber dann wären Sie... was? Neptun? Pluto? Da auseinandernehmen, Pistole. Quatsch, Dings. Wir rumgucken. Dann knapp Hälfte. So, äh, F. Pistole, weg. Stich, weg. Du bist Teufenköder, wenn man die brauchen. Recycler-Ladung, nicht. BMP-Ladung, weg. 9mm pro Munition haben wir gebrauchen. 29, ach du Scheiße. Die Rallye-Cookies, weg. Oh, Storz. Anzug-Reparatur-Kids. Wow, endlich. Wurzange, Glucanester, Flex. Anti-Raids. 1,5. 2,5. 2,5. 2,5. Dafür mehr jetzt die Roboter. Wollen wir mal 3 nehmen. So. 9mm Munition. Das letzte Mal 9mm. Weiter geht's. Was war das denn? Na ja, hallo. Alles in Ordnung? Über diesen Typhon. Da gibt es keine Informationen. Halten Sie sich von ihm fern. Ja, jetzt euch. Hopp. Tschüss, doch wieder. Wir könnten dort oben überprüfen, warum der Aufzug feststeckt. Das wäre schneller und sicherer, als wieder durch die Guts zu fliegen. Officer Jha, hier ist Chief Elisar. Jha hier. Chief, wie kann ich helfen? Gehen Sie in die Datenzentrale und bitten Sie Chief Show, Grant Lockwoods Peilsender zu reaktivieren. Der wurde bei seiner Kündigung deaktiviert, aber offenbar war Grant nie im Shuttle. Ich will wissen, wo er ist und ihn dahin bringen, wo er hingehört. Schon dabei, Chief. Wir haben hier Datenzentrale, Hauptaufzug. Unsere derzeitige Mission ist, betrifft die Datenzentrale, Aboreum. Beides ungefähr gleich der Hauptaufzug sogar näher. Aber ich könnte wetten, wir haben jetzt hier das Problem, dass wir mit diesem komischen Pfeifen zu tun haben, der keine Daten hat. Das sieht hier aus, als wäre das kein guter Ort. Sehe nicht ohne Grund irgendwelche Geschütze rum. Guten Tag, Talos. Das Mittagessen wird von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Das tägliche Menü finden Sie im Wochenupgrade. Den was hast du gehasst? Beantragen neuen Operator. Wie gesprochen wurde, keine Ahnung. Wir müssen da hin. Hallöchen, du. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Äh, drei. Äh. Wo ist der Pod? Wo ist der? Alter. Der Anzug wurde beschädigt. Was? Voll. Ja. Ja. Voll. Ja. Komm. Aufstehen. Du kommst her. Bei Munition. Das heißt, die kriegt bitte. Nichts lebensbedrohliches. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So. Alles wieder gut. Föhnen Sie bitte einen Patienten. Das der sich einfach irgendwo hin teleportieren können. Irgendwo hier oben ins Gemüse. Du wirst sehen. Du wirst die einzige Krankheit. Bang. Nummer eins. Und ich weiß nicht wie vielen. Das sind zwei Signale. Schausende Yasaka 911 Ein neu korrumpierter Technikoperator. Noch.. In Maschinenkontrolle Alter, wie viel frisst der? wurde beschädigt ey je 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 je, mir vielleicht noch irgendwo ein ich habe leider keine jetzt setzen einmal y ein einmal und kapseln schruttete russische blini ein passenden schlüssel gefunden oder über andere wege gehen dieses gesamte dieses blöde overlay macht ein offen er geht auf den sack hier eventuell schruttete 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 in schruttete schruttete allt Scrauttete Und wo bin ich da oben? Y Au F Neiden Dann versuchen wir Die doch mal Schätzen Sie Ihre Augen Wir sind die Gritte Kreislauf Oh ja, eine Ewigkeit Oh du Was soll das Geräusch mir sagen? Auf dem Upgrade Zurück Na hier Programme Berechtigungskarte Berechtigungskarte herunterladen Und Sicherheitstür Entriegeln Da drüben Die Sicherheitstür Schlüsselkarte Lagerraum A2 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 wo sicherheitstür verriegelt das ist die ok entriegeln wir haben eine schlüsselkarte gekriegt aber es nicht die schlüsselkarte die wir brauchen ach weil ich jetzt wieder darüber muss ja sie ist kein material entdeckt ziele ärgerter mitarbeiter kommt du gehst was für eine andere mission ist da noch aktiv wissle blower ist stelle zielteifel das galvanic phantom löst gefährliche elektrische ladung aus die elektrische ausrüstung beschädigt vorbeginn deaktiviert und stören die irgendwelche bots hallo ladebildschirm die sache ist unbekannt soweit ich das erkennen kann ist er für das problem mit dem aufzug verantwortlich dass von ihnen der psychotronik freigelassene fände hatte ähnliche störfähigkeiten dieses hier scheint aber stärker zu sein ein scan wäre aufschlussreich es war das toll das ist ein spielstand laden es ist unbekannt soweit ich das erkennen kann ist er für das problem mit dem aufzug verantwortlich das von ihnen der psychotronik freigelassene phantom hatte ähnliche störfähigkeiten dieses hier scheint aber stärker zu sein ein scan wäre aufschlussreich und nein leckt mich der speicherstand ist jetzt direkt dort so du ausrüsten amarsch sieht also hätte ganz schön viel technik bei sich ja der hat mindestens 2 macht angriffe während ich abwehren muss vergisst das das spiel ist